ja 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 was geht leute WM6 mit dem neuen Operator alles natürlich 51 Abos ganz krass ein Gewinnspiel kommt noch ich weiß nicht was ich verlosen soll vielleicht kommt ein GTA Unlock On Account oder ein BO3 Unlock On Account muss noch irgendeine Frage überlegen oder wer es möchte soll einfach in die Kommentare schreiben halt muss mir noch antworten was für eins er hat Konsole PC weiß ich nicht ob ich für PC Unlock On bekomme die Next Gen hätte ich zum Beispiel zu vergeben also dann geht es mal weiter weiter so Leute ich habe nur E-I-T-R lange keine Videos gemacht da ich in der Ferne war und das Ding habe ich auch zum Beispiel noch kann ich auch noch rausbringen neu raus kommen das Ding 16 aber da regiert man oft einen Ausraster weil man kann nicht kontern so oft wünsche ich auch Spaß damit und bin raus dann geht es die Vielen Dank. 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 Wir haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Achtung. Ein Bombenstandort ist in Gefahr. Zehn Sekunden noch. Zehn Sekunden noch. No way. No way. Okay.